3, 2, 1 Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Adventure Map Das ist unfair, du treppst den Kill-Counter in die Höhe Ich bin gerade eben schon die ganze Zeit gesprungen, als du Ja, weil du hässlich bist Noch ein neues Projekt getestet hast Was habe ich denn getestet? Weiß ich nicht Oh, es war nubig Hast den ersten Sprung verkackt, sagst du? Nee Na dann ist er gut, ich wollte schon sagen Nein! Oh Gott, das war richtig Hast du den Sprung verkackt? Ja, leider Was, jetzt geh doch mal hier weg hier Wo bist du denn, ey? Mein Ey, Aniki Nein Aua Du bist früher gestorben, wie unfair Ja, weil ich woraufgeklatscht bin Ja, das war Geht auch so nicht Ah, das Schade Wie geht hier los, ey So, Mann Wir nehmen heute wieder auf Adventure Map Ja, Parkour Arena Volume 1.6 Verkackt Verkackt Ich liebe Eiswürfel Ich hab die auch so gerne in meiner Hose Ja, meine Mutti lutscht die auch ganz gerne Okay, das hört sich falsch an Oh nein Ich würde mich hier eingeben Was, das hört sich falsch an? Oh Gott Mann, was ist denn los? Ich hab mich noch nicht eingespielt Warum nehmen wir eigentlich schon auf? Tja Weil du so lange Was testen musstest Ja, ne Ich hab weiße Ach ja, egal Ja Und deswegen Hab ich mich schon eingesprungen, ja Und du brauchst hier Ewigkeiten Du bist gelb! So lange warte ich hier schon, ja Ungefähr mindestens zwei Minuten Ach, zwei Minuten zu viel Ja, mindestens Boah, Alter Diese Homo Diese Homo, ey Los, kill hier Mann, ey So Eiswürfel I love you so much Oh, da ist der Wimms runtergefallen Jetzt bloß schnell beeilen Nein! Da hat er mich noch erwischt Da hat er wiederbelebt Nichts mit Bein hier Alter, das ruckelt doch manchmal so ein bisschen Warum ruckelt das denn bei dir? So wie bei mir, das geile Projekt Nein! Ja, das geile Projekt Hat er auch fast zu hohe Grafikabforderungen wie das hier Ungefähr So, jetzt geht's aber los Ja, Alter, Wimms fallen wir jetzt runter Und es geht schon wieder los Nein! Oh Mann, ey Das darf ja wohl nicht wahr sein Alter Einde ich mich noch dran Was ist denn Checkpoint? Oh ja Juhu Ich hab einen Bogen gekriegt Oh, das ist für mich, das finde ich fair Das finde ich Ich hab aber keinen Bogen gekriegt Du hast keine Pfeile, oder? Ne Das finde ich wieder unfair Das ist total fair Weil du bist jetzt schon fertig Und ich muss hier noch spielen Kann ich mir einen Pfeil schießen und damit schießen denn? Nein, weil dann hast du unendlich Pfeile Na gut, der nicht Ja, der ist endlich und Und der explodiert mich auf Und der explodiert mich auf Wenn die Pfeile explodieren Was? Wie unfair? Ne, dann nicht Ne, dann nicht Das ist voll unfair So, mach das auch mal, ey Ja, ich mach's doch jetzt Ja, das seh ich nicht Das siehst du nicht so? Wie fährst du sowieso nochmal runter? Jetzt bei dem Sprung Ja, das könnte passieren Ja, das war mir so klar Weil da hab ich auch vorhin schon verkackt Ja, ich hab der letzte Letzte auch schon verkackt dran Was, du warst da schon so weit In der letzten Ja Ja, wir sind ja kurz noch Zwei, drei Mal gesprungen Und da war ich einmal bis dahinten Alter Ja, das ist ja nicht so schwer Das ist wirklich jetzt easy, ey Easy peasy ist das Ja, klar ist es easy peasy, oder? Hast du ein paar Szenen gesehen Aus dem neuen E.W.S. in? Ja, ich hab ihm bei Gronkh Ein bisschen was angeguckt Echt? Ja Das ist ein kleines bisschen blutig, ne? Ja, ey, ich konnte Ich, keine Ahnung Ich hab bis zur Szene geguckt Wo er dann das Treppenhaus hochgegangen ist Und da wollte ich dann nicht Weil da hab ich schon was ganz böses geahnt Was für ein Treppenhaus? In das Zeit da war ich gar nicht geguckt Man, 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 man ist so erst in diesem Raum Wo da alles so blutig ist Und dann findet da einen Schlüssel Und dann geht er durch so eine Tür Und da ist dann eine Treppe Wo er dann hochgeht Ach, da, ja, nee, da ist ein Schuss Bis dahin hab ich geguckt Und dann wollte ich Ach, der nicht Das ist ja gerade wirklich am Anfang Ja, weil da wollte ich nicht Alter, ich krieg diesen Nee, ich hab Fuck den Sprung nicht mehr hin Ich weiß nicht, wie viele Folgen haben wir noch Bevor die hier kommt? Ähm, gar keine mehr Echt nicht? Nein Um die morgen oder was? Ja Oder? Ja Ja Ja, kommt so Das ist mir egal Ich könnte die trotzdem an Äh, oder beziehungsweise Ich sag jetzt trotzdem Weil ich denke mal Dass das ungefähr gerträglich kommt Das Geilgebrächt ist, wie wir sind Richtig Richtig Einfach mal alles geklaut Gerade eben Ja, das stimmt Das ist geil Ja, also ich werde sie eben auch aufnehmen Ich hab's mir, ich hab's mir immer nachts runtergeladen Weil es war ja irgendwie Um die 40 Gigabyte Und bei wem seinem Premium-Internet dauert Das immer ein bisschen Das dauert eine Weile, ja Hat glaube ich acht Stunden gedauert Ähm Und Ich hab' vorhin mal getestet Mit Fraps, das aufzunehmen Es hat, es hat ein Problem Also So lange draußen Da, weißt du, am Anfang Was dann regnet, weißt du Ja, ja Da, ey, da waren dann wirklich Was 18 Frames Und da war ich dann denke So, boah Und dann hat er mich ins Haus gegangen Und dann waren da bis 30 Das ist dann schon gut Aber 18 draußen, wenn es regnet, ey Das ist Ich weiß nicht Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht Mit das Spiel Also 18 Frames ist Ich denke mal, wenn es dunkel wird, weißt du So eine dunkle, dunkle Gegend Ist vielleicht auch einfacher für die Anforderung Da werden wahrscheinlich nicht ganz so viele Texturen sein Also Aber hast du das gelesen, was das für ein PC-Anforderung hat das Spiel? Hast du gelesen, ich habe das nicht? Das ist ein Dreiersprung mit einer Nee Ist gar nicht, oder? Nee, ist ein Vierersprung Nee, ist kein Vierersprung Das ist ein Dreiersprung Mit einem Hoch, oder was? Ja Du meinst jetzt Workbench, oder was? Ja, ja Naja, das ist auch das Maximale Nee, das ist nicht Maximale Klar, ein Vierersprung ist maximal Ja, ja, klar Aber ein nach oben ist ein Vierer Das ist nicht schwer Das ist wirklich easy peasy Und hier am Anfang ist einfach so ein schwuler Vierersprung, Alter Das ist ein Vierersprung, ja Alter Du hast nie Hast du nichts gelernt? Du weißt ja Guck mal her, guck dich das an Du bist so dumm Wieso? Warte doch, guck dir das eigentlich einfach, wie ich das springe Geh mal den Weg hier Nein, nein, spring nach Jedes Mal So springst du das 100% Oh, jetzt bin ich hinter mir drüber Oh Mann, ey Na, Platz ist, macht man das immer so Viel einfacher Oh Oh Das ist ja entspannt Oh, der feine Nee, den Trick kannte ich noch nicht Wat? Ich kannte den wirklich noch nicht Nee Boah, Alter, ey Wirklich jetzt? Dass ich jetzt Würstchen haben, was ich gerade in den Kühlschrank gepackt habe Will ich jetzt eigentlich essen? Mein geiles Würstchen, ja Ich weiß doch, dass du mein Würstchen essen willst, aber jetzt nicht gerade Ja, Tassi, Mann, jetzt kann ich endlich Nachher Okay Ja Oh Mann, ey Nein, ich bin zu früh abgesprungen Ey, du bist so dumm Aber egal, wie wir es in Wie gesagt, Grafikanforderungen Hat man hat ja eine NVIDIA NVIDIA GTX 66, ne? 66, ja Ist Anforderung, ja Das ist enorm viel, ey Das ist wirklich richtig krass Vor allem, wir sprechen ja immer noch von der Mindestanforderung Ja, klar Nicht hier von wegen Aufnahme oder sowas Scheiß, mein Bogen weg Da brauchst du ja mindestens viel mehr Oh Gott, jetzt habe ich den Trick nicht angepasst Du hast es nicht Jawohl Ich habe den Bogen weggeritscht Jawohl Nicht, dass wir den noch brauchen, ey Ja, dann bist du schuld Man muss alles nochmal springen Dann laden wir nämlich die MAD neu auf den Server, ja Und dann musst du alles neu springen Alles klar Und ich gucke dir zu Alles klar, das ist drei Minuten gemacht Weil es ist einfach Nur du schaffst es halt Ja, ich brauche halt bloß ein bisschen länger, ja Wie ich weiß War da gerade ein Michi bei dir? Ich wusste gar nicht, dass der in Berlin ist Achso Ich büsche mal vor Okay, alles klar Nein, oh man Dieser Trick verwirrt mich immer Ach, du bist so dumm Wo ich mich dann Dann frage, warum ich denn schon so früh springe, ey So Boah, ich habe schon eine Abkürzung gefunden Für die nächste Challenge, ey Die Abkürzung ist es legitim oder nicht? Ja, klar ist es legitim Okay Bist du denn? Da oben bist du Du springst ja schon Nee, du springst noch gar nicht weiter Nee, hier ist Checkpoint Da oben ist Checkpoint Okay, alles klar Das ist jetzt Oh Gott Jetzt spring ich zu weit mit dem Trick Alter, du willst mich doch Du bist so ein Komm, wir haben das nicht Weißt du noch, wie einfach das ist, den Checkpoint zu erreichen? Komm mal hier Oh, jetzt bin ich rübergerutscht Hast du gesehen, das nicht? So macht man das Geil So oft schaffst du das? So einfach ist das Mann, jetzt waren die Schuppen runter Du ziehst schon wieder alles unnötig in die Länge Du hässliches Kackvieh Ja Entschuldigung, dass ich Ein paar mehr Folgen haben will, ja? Kackvieh Ich will hier mindestens 123.439 Folgen haben Und zwei Ja, plus zwei, genau Wenn ihr diese Folge seht, abonniert diese Folge Und abonniert die Folge, jawohl Und die abonniert Kackvieh Tosny Kackvieh Tosny Gibt's den Kanal? Der ist mir nicht bekannt Jetzt schon Oh, hammergeil Mann Diese Workbench, Alter Ach, Mann, ey Die soll sich mal wegficken, ey So, ähm, warte mal Wo muss man da lang? Da lang Kackvieh Tosny Mann Der Trick, der hat's gar irgendwie einen Trick gemacht Ja, das hab ich grad bisschen wieder vergessen Weil ich von dem Kackvieh Tosny so beeindruckt war Oh Gott, Alter Was ist denn so viel Kackvieh, ey? Das Schild ist im Weg So Gibt dem Schild die Schuld Ja, klar So, jetzt geht das nämlich auch wieder Das Schild war nämlich Schuld Boah, das hätte ich fast nicht geschafft, den Sprung So, jetzt wird hier mal megamäßig Uuuuh Ich hasse Eis Ey, sind wir wirklich Nein Du bist so inkompetent wie Ich hasse Eis Ja, deine Mutti hasst auch Eis, ey Ja, na und? Das passiert Nicht jeder mag Eis Ja Das stimmt wohl Das ist nämlich Das schmilzt immer Ja Wenn man es in der Hand hat Ja Die Handhabung ist nicht so einfach Alter Äh, äh, äh Kackvieh Ja, hab ich gelesen, ey Ich wollte darauf gar nicht näher eingehen Hui Ich hab fast schon wieder zu weit gesprungen Ganz im Ernst Jeder Block, wo der jetzt fails, mach ich einen Kackvieh rauf, okay? Oh, nee, dann kannst du hier auf diesen Ultra-Gras-Block da Kannst du schon mal Nein Boah, Alter Kackvieh Das schreit nach Kackvieh Das schreit nach Kackvieh Ey Du bist doch so ein Spacken, ey Ich fühl das mit dich Das dachte ich mir schon Ich hab damit meinen Spaß, okay Meinen Kackvieh Spaß Du bist doch selber so ein Kackvieh, ey Das glaub ich nicht Natürlich Oh, guck mal, das ist ein Kack Da sind überall Monster in den Häusern Ja, das fällt dir ja früh auf, du Kackvieh, ey Ja, dann denkst du auf sowas achte ich, wenn wir hier springen, ja? Ja, ja, ich hab darauf geachtet Du hast ja auch immer drei Milliarden Jahre Zeit, ja Ja, naja, wenn du scheiße bist Gar nicht wahr So, Kackvieh-Block, du wirst jetzt geplättet Hui Ja, wusste ich doch Wow Man muss immer erst aggressiv werden hier Nein Boah, das schreit nach Kackvieh Das ist doch Kacke Alter, ey, du bist so ein Kackvieh, wa? Du bist so ein Kackvieh So ein Kackvieh bist du Das neue Wort, ey, Kackvieh Das ist Komisch Weil eigentlich ist es gar keine Beleidigung, weißt du? Weil Viecher müssen ja kacken Tolle Begründung, ey Tolle Begründung Ja Viecher müssen ja kacken Kackvieh Tosny erklärt Ja Tosny's Wörterbuch Tosny's Wörterbuch Yeah Für 7,43 Euro 43 Ja Kackvieh 40 Rufen sie an, nur 3,4 Kackvieh ist hier Oh Gott Hey Das ist doch nicht mehr so ein Kackvieh Nein Och Mann, ich hasse Kürbisse Alter, das ist dein Ernst Ja, ich hasse Kürbisse Ich kann mal Kürbisse hassen, ey Nein, hasse ich nicht Aber die sind hier in einer Bettermap verbaut Und deswegen mag ich die Du bist jetzt ein Kackvieh Nicht mehr Yeah Checkpoint reached Welches Bett war eigentlich deins? Das war meins, glaube ich, ist egal Okay Dann kannst du gleich Äh, eigentlich soll man hier dann gehen, Tosny Wo lang? Aber, warum soll man dann gehen, wenn man hier runterspringen kann? Makes no sense, ne? That is ja Very nice Oh, Kackvieh Dann kürzen wir das hier mal Ultimate Nein, Kackvieh Oh, Kackvieh 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 Ey, Tosny schieß in mir, du Kackvieh Wo sind hier gespawnt? So jetzt aber Nein Das war so knapp neben der Tür Sind wir böse, dass wir das hier auf zwei Sprünge Mann Abkürzen Wisst ihr Leute, nur deswegen ist Wilms schneller, ja? Weil der ständig hier Oh Gott Nur ein Kackvieh Nur so ein Kackvieh ist Ich enthaupt mir die Hast du es jetzt eigentlich geschafft? Natürlich Ewig Alter Ich hab Spaß Sein Strafe Jetzt, jetzt, jetzt beeilen Yeah Ist mir egal, ich bin hier drinnen Jetzt kann ich hier nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr sterben Willen Ich bin, ich bin hier flinge